Die Bahn ist Mode und die bahnbrechende Mode finden Sie immer wieder in Ihrem Goet-Barenhaus. Ein Eindruck von dieser bahnbrechenden Frühlingsmodel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gibt Ihnen das neue Mode-Journal von Bob, das die Tage mit der Post in Ihrem Briefkasten kommt. Für Sie ist der Zug aber noch nicht abgefahren, wenn Sie jetzt im Besuch in Ihrem Goet-Barenhaus machen. Die Auswahl an Fröhlicher, Frühlingsmoden ist gross und man kann wieder gewinnen. Mit dem kleinen Glück nämlich im Jackpot-Wettbewerb oder bei der grossen Verlosung. Und was kann man gewinnen? Reisen mit der SBB und verschiedensten SBB-Reisegutschein nämlich. Und mitmachen können Sie in allen Goet-Barenhäusern. Heute zeige ich Ihnen ein währschafts- und preisgünstiges Fleischgericht. Pro Person ein Schweinshaxe mit Salz, Pfeffer und Muskelnuss würzen, mit ein wenig Mehl bestäuben und ringsum gut anbraten. Eine gehackte Zäbel kurz mitbraten, dann ablöschen und das Ganze zudeckt bei kleinem Feuer 1-1 Viertelstunde schmoren. Vor dem Anrichten die Sausen mit saurem Halbrahm verfeinern, vielleicht ein bisschen nachwürzen und dann mit gehacktem Peterli bestreuen. Das Rezept, Sie wissen, steht in der Coop-Zeitung und Montag ganze Tage im Teletextzeiten 270. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie immer, aktuelle Angebote. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Alle Avela Damenstrumpfhosen sind 50 Kappen günstiger. Zum Beispiel die Pratik, statt 1,95 nur 1,45. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop jede Sorten Quark im Becher an 150 und 250 Gramm, 20 Kappen günstiger. Vorzugsbutter 200 Gramm, statt 3,55 nur 2,95. Blattspinat Goldstar 500 Gramm, statt 2,70 nur 2,20. Eine Linzertorte an 400 Gramm, statt 3,50 nur 2,90. Ein Schurdeostik, statt 4,95 nur 4,20. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. Midi-Sweetkorn, 3 Dosen an 3,40 Gramm, statt 3,90 nur 2,60. Schamutti-Orangen aus Israel, das Kilo nur 1,20. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 overpaced